In der Michael-Reiter-Landesschule in Linz wird Tradition groß geschrieben. Auch dieses Jahr hat es wieder ein selbst inszeniertes weihnachtliches Theaterstück gegeben, bei dem den Schülern die Rollen auf den Leib geschneidert wurden. Bei dem Stück war es ganz interessant, weil wir heuer das erste Mal jede Klasse eine Szene spielen haben lassen. Das heißt, die Hauptschulklasse hat eine eigene Szene gehabt, die Volksschulklasse eine eigene Szene und die zwei Förderklassen eine eigene Szene und dieses zu arrangieren alles war heuer die richtig große Herausforderung. Insgesamt haben 17 Schüler an der Aufführung teilgenommen. Der Inhalt ist schnell erklärt. Es waren zwei Suchende, die haben die Weihnachtsstimmung gesucht und wir haben so halt so da, als wäre ein Schauspieler ausgefallen. Und dass halt dann wer anderer mitgespielt hat. Und zum Schluss haben wir dann alle gesungen und ja. Also in echt ist es auch nicht mehr weit. Und ja, im Spiel dann, das Spiel ist irgendwie schon cool. Und schon war die weihnachtliche Stimmung da. In diesem Sinne. Wir wünschen allen frohe Weihnachten! Wir wünschen allen frohe Weihnachten!